Wenn deine Mutter keine Hobbys hat. Okay. Slowly, gundalisch. Es kribbelt ein bisschen. Es kribbelt ein bisschen? Es kribbelt ein bisschen. Nur ein bisschen? Es kribbelt viel. Du kannst es langsam machen. Jetzt tut es weh! Jetzt tut es... Weil Stufe 20 tut es schon weh! Mach auf! Mach auf! Nein, du kannst gleich bei mir testen. Ich glaube, ich kann gleich in die Hose. Und der hat das, was? Und der hat das, was? Und der hat das, was? Komm! Komm! Versuch mal zu stehen und zu laufen mit diesen Schmerzen. Versuch! Auuuuch! Stopp! 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 Ich meine echt, Stopp! Oh, ich bin ein Mignon! Wenn ich sage, ich meine ernst, Stopp! 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 Ich glaube dir aber nicht! Ich kann nicht kaputt sein, man.